Stielicke Müller Liebarski, was sag ich denn? Aber das ist halt die Hitze Ja, er packt ihn, aber den zweiten oder den dritten, doch noch Der hat drüber gesprungen Natürlich auf Kraftverlust Aber das, dafür muss man Verständnis haben Das muss man hier einmal erleben Welche Doppelkriegel Das möchte ich noch einmal sehen Aber Von der Deutschen Reservebank Das war Barabbat Calderon, Calderon und Tor! Es musste kommen Das war eigentlich eine schwangsläufige Abfolge der 15 oder 16 Minuten seit Beginn der zweiten Halbzeit Mit 67. Minute 1 zu 1 durch Calderon, den Außenstürmer der Argentinier Da sehen wir es noch mal Da kann es die Kraft nicht mehr Da hilft das Verkürzen Mill hat die Nummer 15, falls Sie ihn mal sehen und ich kann es nicht gleich sagen Kennen tun wir ihn Jetzt muss ich noch gucken Ja, Bernd Förster hat die 13 Das war aber sehr gewagt Das müssen Sie sehen, wenn das noch mal gezeigt wird Ob der Steuerhüter nicht die Hand am Ball gehabt hat außerhalb des Straflaumes Ja, Mill, Kals, Kals, Guck mal Den Eindruck bekommen hat, sie kann mitspielen, sie braucht keine Bedenken zu haben Auch wenn das nicht überragend war Schlusspfiff 1 zu 1 trennen sich Argentinien und die Bundesrepublik Deutschland im Länderspiel hier in Buenos Aires im River Plate Stadion Ein Vorgeschmack vielleicht in jeder Beziehung, auch in negativer Hinsicht auf